The Matrix. Hi, ich bin Gabriel, ich komme aus Ungarn. Ich bin Logistiker und Teamleiter in Lage 1. Bei Alexander Bürkle habe ich in einem anderen Logistikunternehmen gearbeitet in Neuenburg, als Staplerfahrer. Bei Alexander Bürkle habe ich als Lagerist im A-Lager angefangen. Also wenn deine Geschichte über Alexander Bürkle verfilmt werden würde, welcher Schauspieler sollte dich spielen? Johnny Depp. Das Besondere bei Alexander Bürkle ist die Abwechslung. Es gibt immer neue Überraschungen, sodass sie nie langweilig ist. Und Chefin. Ich habe tolle Kollegen, die mich während der Arbeit unterstützen. Der Lager ist sehr vielfältig und immer kommt etwas Neues. Welchem Buch oder welchem Film ähnelt deine Geschichte über Alexander Bürkle am meisten? The Matrix. rotm Bew Hammern. Dani Prinzen. In Hex. Im erste Mal.